Ich wusste, sie würden wieder einschalten. Dann. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Adventsvideo der Band Grüne Raben. Das sind wir, der Florian und der Chris. Hallo. Hi. Hi. Und unser Maskottchen Kohlrabi ist auch mit dabei. Wie ihr seht, habe ich mir mittlerweile einen formschönen Adventskranz gekauft, damit wir nicht immer einzelne Kerzchen anstecken müssen. Und ja, anlässlich des zweiten Advents hätte ich fast gesagt, wir gehen das Ganze mal an. Einmal. Darf ich auch? Das zweite darfst du mal. Bitteschön. So. Das hast du sehr gut gemacht, Chris. Ja, was jetzt kommt, ist zum einen ein Song, der uns sehr am Herzen liegt, nämlich der Soundtrack Deines Lebens als Akustikversion. Wir haben das mal für euch vorbereitet. Zum anderen wollten wir euch noch ein Gewinnspiel ankündigen. Oh, man kann viele tolle Sachen gewinnen. Ja, danke, Regie. Nämlich dieses formschöne, von mir getragene Grüne Raben. Ihr kriegt dann natürlich ein neues, so ist es ja nicht. Was ihr wollt, das Getragene. Ja, plus, was wir auch noch nicht gesagt haben, wir nehmen von diesen Akustikversionen, die nehmen wir auf und davon gibt es dann an Weihnachten für die Gewinner, nämlich drei an der Zahl, eine formschöne CD mit zwei neuen Songs, die bis dato noch nicht zu haben oder zu hören sind. Lasst euch da einfach mal überraschen. Was ist noch mit drin in dem Paket? Die CD, das T-Shirt, wir haben ein... Ein schönes Foto. Ein wunderbares Foto, Schrägstrich Autogrammkarte mit drin. Wir haben unser reguläres Album mit drin. Es lohnt sich also. Und gewinnen könnt ihr, wenn ihr unsere Videos teilt, auf Facebook. Ja. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Und unter allen Teilern, also nicht nur unter einem Video jeweils, sondern eben unter allen vier Videos, verlosen wir dann den Kram. Den Kram könnt ihr nicht haben. So, genug Labe. Darf ich noch mal Ankündigung machen? Am 22.12. in unser Gig. In Coden. Ja, stimmt. Leute, kommt vorbei. Live im Double Feature mit Pantree 2.0. In Coden. Ja. Ja. Facebooker. Vielleicht können wir ja unsere Facebook-Erreise hier so einsenden. Oder auf unsere Homepage. Unsere Songs bekommt ihr, wie gesagt, alle bei Jamendo.com, wenn ihr mal nach Grüneraben sucht. Die gibt es alle umsonst zum Hören, zum Runterladen, wie erwähnt. Und jetzt aber genug gelabert und viel Spaß mit unserem zweiten Video. Bis nächster Woche. Bis nächste Woche. Macht's gut. Tschö. One, two, three, four. . Das hier ist in deinem Kopf Das bekommst du nicht mehr heraus Hochmut kommt vor dir im Fall Wir wollen hoch hinaus Die Melodien in deinen Nadern Geschichten, Sagen und Legenden Und alles, was du hier erlebt hast All die Angefangenen Hörst du den Soundtrack deines Lebens Manchmal laut und manchmal leise Viel zu schön und oft auch scheiße Das ist der Soundtrack deines Lebens Hörst du den Soundtrack deines Lebens Nicht immer sauber, mensch mal dreckig Mal läuft es rund, mal eher eckig Das ist der Soundtrack deines Lebens Die Melodien in deinem Kopf Schweigen, egal was es ist Kleine Symphonie noch zählen Von dem, wer du wirklich bist Ich hör die Lieder meines Lebens Genieße sie jede Sekunde Das Radio in meinem Kopf läuft 60 Minuten in der Stunde Hörst du den Soundtrack deines Lebens Manchmal laut und manchmal leise Viel zu schön und oft auch scheiße Das ist der Soundtrack deines Lebens Hörst du den Soundtrack deines Lebens Nicht immer sauber, mensch mal dreckig Mal läuft es rund, mal eher eckig Das ist der Soundtrack deines Lebens Das ist der Soundtrack deines Lebens Kannst du ihn hören? Kannst du ihn hören? Kannst du ihn hören? Kannst du ihn hören? Für jetzt mit bourg G Rebecca Ja, das ist der Soundtrack deines Lebens Ist das der Soundtrack deines Lebens Manchmal laut und manchmal leise Weil du den Soundtrack deines Lebens Dass du den Soundtrack deines Lebens Achts du den Soundtrack deines Lebens Auf deine eigene Art und Weise Der Soundtrack deines Lebens, Akustik. Vielen lieben Dank und einen wunderbaren zweiten Advent. Tschüss. Bin nicht drin. Noch nicht? Noch nicht. Wir können nicht. Ciao. Gewinne, gewinne, gewinne. Jetzt neu bei Facebook teilen, so viele könnt. Alle Adventsvideos. Und wer die meisten geteilt hat, ihr gewinnt dieses T-Shirt. Nicht nur dieses T-Shirt, nein. Auch unsere neue CD mit zwei neuen Songs. Mit den Akustik-Songs. Mit den ganzen Specials, die wir rausgehauen haben. Ich waff aus. Oder so ähnlich. Ja. Ja. Hörst du den Soundtrack deines Lebens? Manchmal laut und manchmal leise. Viel zu schön und auch doch scheiße. Ja. 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 Ja.